Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Herzlich willkommen nochmal zurück vom Schaubudensommer. Ich sitze jetzt hier mit Elias Elastisch und der wird uns jetzt mal vielleicht ganz kurz erklären, was er denn so vorhat mit dem Publikum hier. Ja, also ich spiele einen kleinen Auszug aus meinem Programm. Es geht 30 Minuten, wie gesagt, das ist nicht allzu viel Zeit. Ich habe sonst 90 Minuten und ich habe drei verschiedene Charaktere dabei und die zeige ich dem Publikum. Und von wo genau reist du an, hier nach ins Dresden, ins schöne Dresden? Da gibt es eine relativ gute Zugverbindung, dauert nicht allzu lange, ich komme aus Berlin. Ein waschechter Berliner oder angeheiratet an die Stadt? Ja, sowas in der Art, genau. Du sagst, dein Programm geht normalerweise 90 Minuten. Tourst du auch so rum? Ist das dein Hauptberuf? Ja, ich bin hauptberuflich Pantomime, Schauspieler, Comedian, alles was da so in dieses Putpourri reinfällt. Ganz, ganz spannend. Wie bist du denn zum Schaubudensommer gekommen? Ich habe das schon öfter wahrgenommen, dass das ist, auch über Kollegen und Freunde, die auch schon hier waren. Und ich habe in Dresden letztes Jahr im Sommer gespielt, in der Niki-Faktur, lieben Gruß raus an Marco. Und da saßen die Leute vom Schaubudensommer und haben sich das angesehen und haben mich danach gefragt, ey, wie sieht es aus, hast du Lust vorbeizukommen? So ist es passiert. Und dann bist du hier gelandet? Genau. Auf eine 10 Tage sind es ja dann, die du jetzt vor dir hast, oder bist du nur bis zum Beispiel 16. zu sehen? Also ich bin heute und dann bis zum 14. zu sehen. Also drei Tage, ich spiele neun Shows, vielleicht auch noch eine 10. Mal schauen, ist ja alles hier möglich. Genau. Also ich bin nicht alle 10 Tage da. Schade, aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Danke dir Elias und wir schauen jetzt mal kurz rein in deine Show. Schade, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Das war die Drehscheibe Dresden für Freitag, den 13. Ich hoffe, Sie sind ohne Pannen durch den Tag gerutscht. Und denken Sie dran, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Drum nischt wie hin, hereinspaziert zum Schaubudensommer. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und bis Montag. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum Schaubudensommer. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum Schaubudensommer. Die Drehscheibe Dresden Sommertour wurde Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden.